Hier präsentieren wir die 5 beste Überwachungskamera Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Als bestes Überwachungssystem konnte das Set von Netgear punkten. Das Sicherheitssystem beinhaltet je nach Ausführung eine bis 4 drahtlose Kameras, die mit der Steuerungseinheit gekoppelt werden. Die Kameras zeichnen HD-Videos auf, werden mit je 2 Batterien betrieben, die leider nicht im Lieferumfang enthalten sind und verfügen über vielseitige Funktionen wie Nachtsicht, Bewegungserkennung und es sind Postbenachrichtigungen per E-Mail und All-App möglich. Die einzelnen kleinen Kameras sind nach RIP 65 Standard wasserfest und können daher auch problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Beim Kauf erhalten Sie zusätzlich einen kostenlosen 1 GB großen Cloud-Speicher zur Speicherung von Video- und Bildmaterial. Als Überwachungssystem für Firmen oder als Heimüberwachungssystem für Ihr Grundstück und den Innenraum ist das Set damit bestens geeignet und gerüstet. Nummer 4. Als beste Indoor-IP-Kamera zur Überwachung ging aus dem Test die Cyclone HD-S von Upcam hervor. Das Modell verfügt über einen Exmo Full HD-Sensor von Sony, der eine sehr gute Bildqualität liefert, zeichnet Audio mit auf, sodass die Kamera auch als Babelfon sehr gut verwendet werden kann und ließ sich sehr einfach in das heimische LAN-Netz integrieren. Die Verarbeitung ist insgesamt gut und dank der integrierten Irlids waren auch nachts noch gute Aufnahmen bis zu einer Entfernung von etwa 10 Metern möglich. Im Lieferumfang ist eine kostenlose 8 GB großen SD-Karte zur direkten Aufzeichnung enthalten, Sie können wahlweise aber auch Videos automatisch im Cloud-Code hochladen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Als beste Wildüberwachungskamera setzte sich die Wildvision Full HD 5.0 von Wildkamera.net durch. Das Modell ist für den Außeneinsatz bestens gewappnet und ideal getarnt, sodass sie von Tieren nicht gesehen wird. Sie lässt sich mit 4 A-Batterien betreiben und eine 8 GB große SD-Karte zur Aufzeichnung der Videos ist im Lieferumfang bereits enthalten. Besonders überzeugend konnte sie durch die schnelle Einsatzbereitschaft und eine gute technische Verarbeitung. Sowohl die Sensorreichweite als auch die Blitzreichweite für Fotos und die Bildqualität bei Videoaufnahmen konnten im Test überzeugen. Natürlich lässt sie sich ebenso zur Objektüberwachung im Innen- und Außenbereich verwenden. Auch nachts sind die Aufnahmen dank 40 No-Globe der Glitz sehr gut und die Reichweite ist mit 20 Metern ebenfalls sehr gut. Nummer 2. Die kleine und günstige Überwachungskamera von Gtronix überzeugte vor allem durch ihre Kompaktheit und die gute Bildqualität. Das Gerät ist in 4 verschiedenen Varianten Full HD, mit Zoom und Schwenkbar erhältlich. Wobei das kleinste und einfachste Modell mit HD-Auflösung im Test das beste Preis-Leistungsverhältnis bot. Sie lässt sich nahtlos und einfach ins LAN-Netz integrieren und verfügt zudem über eine Irrbeleuchtung mit bis zu 20 Metern Reichweite. Die kostenlose App für iOS und Android ermöglicht den Live-Zugriff auf die Kamera, sodass sie keinerlei PC oder anderes System zur Installation benötigen. Allerdings können sie natürlich auch vom PC oder Mac auf die Kamera zugreifen. Auch die Kombination mit Drittanbieter-Lösungen wie beispielsweise OnBeef 2.0 oder anderen Geräten von NVR, Heckvision oder Duhua war problemlos möglich. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als beste Überwachungskamera für den Outdoor-Bereich konnte sich die IP-Überwachungskamera von in Start durchsetzen. Die IP-CAM verfügt über LAN und LAN und ist nach IP65 Standard witterungsbeständig, sodass sie auch in einem nicht überdachten Bereich montiert werden kann. Dank der drei Infrarot-Lates bietet sie eine Nachtsichtfunktion sowie Bewegungserkennung. Auf eine eingelegte SD-Karte lassen sich Video aufzeichnen und später betrachten oder aber sie können sich bei Live-Schaltung direkt auf die Kamera vom Smartphone, Tablet oder PC aufschalten. Dank 45 Objektiv eignet sie sich sehr gut für eine detaillte Videoüberwachung, insbesondere der Personen erkannt werden. Auch Details wie Kennzeichen lassen sich tagsüber wie auch nachts klar und gut erkennen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.